Ich will das jetzt nicht zu groß an die Glocke hängen, aber ich möchte einfach nur mal sagen, dass ich mich extra für euch geopfert habe. Ich habe mir den letzten Monat, den ich noch hatte, bevor ich meinen Playstation Plus erneuern muss, dafür genutzt, um ein kurzes Upgrade auf Playstation Premium zu machen, damit ich mir das Ganze mal ansehen kann, um eben als jemand, der die Konsole sehr viel nutzt, aber eben auch vor allem als jemand, der sehr viel Erfahrung mit Game Pass hat, also quasi seitdem Microsoft eigentlich diesen Service eingeführt hat, um das Ganze mal direkt zu nutzen und miteinander vergleichen zu können. Und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel und so gesehen habt, ist meine Meinung zu Playstation Premium ziemlich ernüchternd. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Angebot da drauf und wie das Ganze überhaupt gehandhabt wird von der Plattform her unfassbar peinlich. Also das kann sich als Angebot gegenüber Game Pass ehrlich gesagt gar nicht wirklich sehen lassen. Und selbst wenn ich mir Nintendo Switch Online ansehe und deren Angebot und wie sie es überhaupt handhaben auf der Plattform, dann kackt Playstation Premium einfach vollkommen ab, dafür, dass es den den teuersten Service hat. Also selbst wenn man ein Jahresabo holt, dann kostet es 120 Euro. Und ehrlich gesagt, dafür 120 Euro zahlen, wenn man keine Ahnung hat, was jetzt überhaupt noch das nächste Jahr darauf erscheinen wird, was sie vielleicht verbessern, welche Spiele dafür rauskommen, jetzt direkt 120 Tacken dafür zahlen. Deswegen, ich dachte, okay, ich kann einfach dieses simple Upgrade machen, bis das erneuert werden muss Ende des Monats. Und ich werde wahrscheinlich zurückwechseln. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich wieder auf das normale Playstation Plus, was dieses Playstation Essential jetzt ist und denselben Preis hat wie vorher, dass ich eben die 60 Euro im Jahr zahlen kann, um diesen Service zu bekommen. Weil ich zwischendurch gerne einfach die Möglichkeit habe, die Sachen online zu spielen. Wenn ich aus irgendeinem Grund dafür zahlen muss, meine Safe States eben auch, also meine Speicherstände auch in die Cloud laden und davon runterladen zu können aus irgendeinem Grund. Aber das Playstation Plus Angebot der Spiele ich generell ganz gut finde und ich leider auch so ein bisschen daran gekoppelt bin, weil im Gegensatz zu den Titeln, die man bei Games with Gold bekommen hat, die man ja auch besitzt, selbst wenn man keinen Goldstatus mehr hat oder beziehungsweise eben so ein Game Pass Ultimate wie ich, kann ich die Playstation Plus Sachen nur spielen, wenn ich es eben darauf Zugriff habe. Aber damit jetzt Leute auch so ein bisschen vielleicht mal runterkommen, bevor die ganz schlimmen Kommentare reingehen, die Kritik richtet sich hauptsächlich gegen Playstation Premium. In allen Fällen richtet es sich vor allem so ein bisschen über die Handhaltung des ganzen Stores und wie das integriert ist. Aber ich muss sagen, dass ich Playstation Extra, dieses zweite Tier, ganz gut finde. Ich finde es lange nicht so gut wie Game Pass und was man da für ein Angebot bekommt, aber ich muss zumindest sagen, dass es ganz okay ist. Mein übergreifendes Problem vor allem ist so die Frage, warum das überhaupt in drei Tiers aufteilen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man Playstation Now jetzt mit diesen drei Systemen verbinden möchte, also eben, dass man vor allem die Playstation 3 Titel, die man vorher auch nur streamen konnte, jetzt immer nur noch streamen kann, in dem Premium Paket mit drin sind, was eigentlich nur dafür da ist, um diese ganzen Klassikerspiele von PS1, PS2, PS3 und PSP zu bekommen. Neben den Demos, was ich ziemlich abartig finde, dafür extra zahlen zu müssen, um Demos spielen zu können. Aber das, ne, auf dem, die, die anderen, den anderen Aspekt von Playstation Now, dass man ja da auch schon PS4-Spiele runterladen konnte, was ich finde, Sony nie wirklich richtig kommuniziert hat. Ich wusste das eine Zeit lang auch nicht. Ich dachte, Playstation Now ist einfach so, wie es angefangen hat, nur dafür da gewesen, Titel zu streamen. Aber man konnte sich wirklich schon vorher so ein bisschen wie im Game Pass dann PS4-Spiele runterladen und die eben auch auf der Konsole spielen und man musste das nicht direkt über den Cloud-Service machen. Das ist auf jeden Fall ganz gut, aber das sind drei Gruppierungen einzuteilen, die alle drei verschiedene Bezahlsysteme haben. Also das heißt, du hast an sich neun Optionen verfügbar. Du kannst das Essential nehmen für entweder den monatlichen Preis, den Quartalspreis oder den Jahrespreis. Dann kannst du das mittlere Extra-Paket nehmen, auch wieder für Monat, Quartal, Jahr und das Ganze nochmal für Premium. Und ich finde gerade diese Aufteilung zwischen Premium und Extra ist so artifiziell und seltsam gestaltet. Oder man könnte einfach nur Extra und Premium haben. Aber drei Tiers, ich habe eher das Gefühl, dass das Leute... Vor allem, man muss sich mal überlegen, dass das ja an den normalen Konsumenten auch noch gerichtet ist. Das ist klar, so etwas wie Premium, das richtet sich vor allem an die Hardcore-User. Aber Extra und eben auch das normale PlayStation Plus, was jetzt eben Essential heißt, das richtet sich genau wie eben der Game Pass bei Microsoft auch eben an alle. Und während du beim Game Pass einfach dann sagst, oh ja, ich nehme den Game Pass. Und hey, willst du nur Xbox spielen oder willst du auch Xbox und PC spielen? Oh ja, ich würde auch gerne Xbox und PC-Title spielen. Dann hast du hier Game Pass Ultimate. Okay, cool, danke. Und dann zahle ich das monatliche Geld und ich muss mir nichts überlegen und alles ist tot hier und es funktioniert einfach. Und hier finde ich schon, dass es vielleicht zu viele Probleme geben könnte, weil du kriegst diese komplette Chart mit allen Sachen aufgelistet. Das sind die Unterschiede. Das kriegst du hier, das kriegst du da. Und an sich, das Wichtige ist einfach, hey, PlayStation Plus Essential, du willst die monatlichen Spiele und du willst online spielen können und eben deine Speicherstände hochladen. PlayStation Extra, hey, du willst die Game Pass Erfahrung haben und eine Selektion von Titeln, die du runterladen und eben spielen kannst. Und Premium, hey, du willst die Klassiker spielen. Ich glaube, das ist so die wirkliche Auswahl, die man haben möchte. Und bei Extra ist es interessant, dass sie einen ähnlichen Preis anbieten wie Game Pass. Also gerade wenn man das jetzt jährlich nimmt, dann ist es ein bisschen günstiger. Wenn man es monatlich nimmt, dann ist es ein bisschen teurer. Das kommt eben so auf das ganze Paket an, was man dann eben wählt. Aber das Angebot davon, ich glaube, das haben sie gesagt, 300 oder 400 Spielen, die da irgendwie verfügbar sind, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Also ich habe da auch jetzt schon ein paar Sachen ausgewählt und mir angesehen. Ich hatte zum Beispiel, dadurch, dass ich die PlayStation 5 erst ein Jahr später oder so ein Dreivierteljahr später bekommen habe und ich jetzt nicht interessiert war, mir Miles Morales und auch das Demon's Souls Remake für den Vollpreis zu kaufen, weil das für mich eben so ganz interessante, okaye Spiele sind. Also ich liebe Demon's Souls, aber für mich war das Remake einfach nie interessant, weil ich habe das Hauptspiel einfach schon gespielt und dafür nochmal 70 Euro zahlen, ne, weiß ich nicht so wirklich. Aber in so einem Art Rental Service, wo, hey, ich habe jetzt einfach mal das monatliche Upgrade ausgewählt und kann jetzt Miles Morales endlich mal durchspielen, weil das zum Glück nicht so lang ist und das Demon's Souls Remake mal ein bisschen länger als fünf Minuten anspielen, als ich das bei einem Kumpel mal gemacht habe. Das ist ganz cool. Und auch die restliche Spielauswahl, also gerade von, ich kann einfach nur allen empfehlen, falls ihr das habt, ladet euch bitte Returnal runter auf der PS5. Das ist wirklich super, aber die restliche zum Beispiel, warum ist da das Hackboy Adventure nicht drin? Warum sind nicht einfach die kompletten PlayStation 5 Launch Titel drin enthalten? Ich weiß, das ist für viele wahrscheinlich jetzt nicht der Megakracher, aber es ist halt eines der Spiele, die ich mir nicht geholt habe. Wahrscheinlich auch eher eines der Spiele, die sich weniger Leute geholt haben. Also wenn du dir eine PS5 zum Start geholt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir Miles Morales und Demon's Souls gekauft hast, ist relativ hoch. Und wenn das dann deine Auswahl an PlayStation 5 Extraspielen ist, wow, die habe ich schon. Ganz cool. Und ich glaube, da zumindest dieses komplette Launch Line-Up reinzunehmen, wäre besser gewesen. Auch die Auswahl, dass du Returnal hast, aber nicht Ratchet & Clank, ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich finde es auf jeden Fall aus der Perspektive besser, dass mehr Leute Returnal spielen sollten als Ratchet & Clank. Für Leute, die meine Meinung zu Ratchet & Clank Rift Apart hören möchten, ich habe dazu eine Review auf diesem Kanal gemacht, also gerne mal da reinhören. Aber der Rest fokussiert sich auf jeden Fall sehr deutlich auf PlayStation 4 Spiele. Man muss ja auch bedenken, dass der komplette Service auch immer noch für Leute interessant sein soll, die eben nur eine PS4 besitzen, was der Großteil der Spielerschaft eben noch ist. Also wenn wir mal ansehen, hey, wir haben über 100 Millionen verkaufte PlayStation 4 Konsolen, wir haben über 20 Millionen verkaufte PlayStation 5 Konsolen, da ist es wichtig, das eben für beide zugänglich zu machen. Da hat Microsoft auf jeden Fall den Vorteil, weil das die meisten Sachen, die sie sowieso im Angebot haben, für alle Konsolen verfügbar sind. Und man da noch nicht diese Abtrennung eben machen muss. Aber bei der PS5 kann ich mir halt vorstellen, hey, wir wollen halt nicht zu viele Sachen drin haben für die PS5, dass unsere PlayStation 4 User auch da was von haben können. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch nicht so viele PlayStation 5 exklusiven Spiele, die du reinnehmen kannst, ohne wirklich das komplette Angebot irgendwie drin zu haben. Und bei den PS4 Sachen auch da, das Angebot, was drin ist, ist vollkommen cool. Es ist ehrlich gesagt ein super Angebot. Also wenn du noch nie, wenn du dir jetzt neu eine PS5 kaufst und du hast noch nie eine PlayStation besessen oder du hast die PS4-Version, die PS4-Generation komplett ausgelassen, dann ist das hervorragend. Dann hol dir das von mir aus auch direkt im Jahrespaket und dann hast du einfach, selbst wenn sie nichts mehr hinzufügen, das Jahr überhaupt nichts, also du brauchst keine anderen Spiele mehr und kannst dich damit mit vollkommen auseinandersetzen. Ich glaube aber, und das ist auch so ein bisschen das, was ich von vielen Leuten gehört habe, die die PlayStation 4 als Hauptsystem nutzen, ist, wow, das habe ich alles schon gespielt. Das, was mich interessiert, das habe ich mir über die letzten Jahre schon gekauft. Ich glaube, das ist so ein bisschen das beiß Sony relativ ein bisschen in den Arsch gerade, dass sie eben diese Fokussierung auf ihre sehr, doch schon sehr homogenisierten, gleichen AAA-First-Party-Titel setzen. Das ist der Grund, warum sich Leute eine PlayStation kaufen. Das sind exakt diese Spiele und diese Spiele kaufen sich die ganzen Leute, zumindest die, die sie sowieso dafür interessieren. So, jetzt nochmal God of War 2018 in den Service reinzubringen, wenn es literally das meistverkaufte PlayStation 4-Spiel aller Zeiten ist. Welche Person, die sich dafür interessiert, hat das denn nicht schon längst gekauft oder schon über PlayStation Plus oder sonst was irgendwie vorher gespielt gehabt? Das heißt, das jetzt nochmal drin zu haben, ist eben nice to have für alle Leute, die neu hinzukommen. Aber gerade für die Hardcore-Crowd, die das im Moment ansprechen soll, ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Und wenn ich das gerade vergleiche mit dem Game Pass, dann kriege ich im Game Pass nicht einfach nur den kompletten Katalog von allen Microsoft-Spielen, die sie eben selber rausgebracht haben, und ja eben auch den Back-Katalog. Das heißt, ich kriege ja sogar, ich habe den Zugriff auf die Xbox 360- oder Xbox-Titel. Das heißt, ich kann zum Beispiel die komplette Halo-Reihe draufspielen. Ich kann die komplette Gears of War-Reihe draufspielen. Klar, wenn einen diese Titel nicht interessieren, vollkommen fair. Das ist natürlich auch nochmal der Vergleich, was man für Vorlieben, Favoriten hat. Wenn du zum Beispiel ein großes Fable für japanische Titel hast, dann wirst du garantiert in diesem PlayStation-Extra-Katalog doch nochmal ein bisschen mehr finden. Oder vielleicht auch so da ein paar kleine versteckte Schätze, die man vorher nicht gesehen hat. Aber das riesige Angebot, was du einfach im Game Pass drin hast, basierend auf den Sachen, die sowieso fest drin sind, auch Sachen wie die Fable-Reihe natürlich, dass du darauf zugreifen kannst, problemlos auf die 360-Ära, und ohne das dann irgendwie über Cloud-Service spielen zu müssen, sondern du kannst die Titel tatsächlich runterladen, die sind hervorragend emuliert. Plus nochmal das, was alles monatlich momentan rauskommt. Weil das ist einfach insane. Und das wird Sony auch fehlen. Ich finde es cool, dass wir jetzt zum Beispiel Stray kommen zum Release am 19. diesen Monat in den Service rein. Und das war für mich auch schon der Punkt, wo ich das rechtfertigen konnte für den Kauf. Dass ich mir denke, hey, das Upgrade für diesen Monat, das ist weniger, als wenn ich mir Stray kaufe. Und Stray will ich auf jeden Fall spielen, weil hey, ich spiele eine Katze und kann Dinge runterwerfen. Das ist doch goaty, definitiv. Aber bei Microsoft kommt einfach, weißt du, jede Woche sind, ich komme gar nicht hinterher. Ich komme einfach nicht hinterher. Ich kann nicht mal die Titel, die mich interessieren. Denn ich könnte alles andere auslassen. Ich könnte mich für ein Jahr nur auf Game Pass fokussieren. Und vielleicht auch nur die Titel, die im jeweiligen Monat rauskommen. Und ich persönlich würde nicht hinterherkommen. Sehr auch viele, sehr viele Indie-Titel, die mich interessieren, die ich cool und interessant finde, erscheinen dort. Day One teilweise. Und das ist eben auch noch eine Sache. Weil das hat Microsoft gezeigt, wie viel sie in den Game Pass investieren und wie viel rauskommt. Das heißt, selbst wenn du jetzt das Angebot nimmst, dir ein Abo abschließt, du weißt, da wird die nächsten Wochen und Monate einfach noch so viel mehr hinzukommen. Sehr viele Titel wurden ja auch schon angekündigt. Das hatten wir auf dem letzten Microsoft und Bethesda-Event eben gesehen. Auch schon alleine die kompletten Bethesda-Titel, die kommen werden, werden dann auch Day One dort erscheinen. Auch da, wie gesagt, es kommt immer auf das an, was man persönlich eben mag und für welche Spiele man sich interessiert. Aber ich glaube, wenn man so beide grob miteinander vergleicht, die Auswahl, die du eben hast, insgesamt an den Spielen, dann ist es, glaube ich, sehr schwer zu sagen, dass Game Pass das schlechtere Angebot hat als PlayStation Extra. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es hinkt halt noch deutlich hinterher. Was verständlich ist, so direkt von Day One so hart dahinter zu sein, das war der Game Pass eben auch nicht. Das war ein cooles Angebot. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter, als das PlayStation Extra momentan ist. Aber das Geld, was sie da eben reinbuttern, ist enorm. Und es muss sich eben noch zeigen, wie viele Titel Sony da reinnehmen wird. Weil da kommen auch kaum Infos raus. Weißt du, es mussten irgendwelche, in Anführungszeichen, Leaks geben. Oh, diese Spiele wurden geleakt, die jetzt in PlayStation Extra demnächst erscheint werden. Und es war einfach Stray, was bekannt war. Und Assassin's Creed Titel, was auch bekannt war, weil wir wussten, dass Ubisoft-Klassik-Titel darauf erscheint werden. Rook the Fucking Do. Ist das jetzt erstmal alles? Kommt da noch irgendwas raus? Keine Ahnung. Also damit wird es sich auf jeden Fall zeigen. Das, wo ich aber wirklich ein Problem mit habe und was ich fast schon für unverschämt halte, dass das Angebot ist Premium. Weil Premium soll, du hast diesen Namen, es soll das das Beste davon sein. Es ist für die Hardcore-Crowd, für die Leute, die halt richtige PlayStation-Fans sind, die sich damit vielleicht auch so ein bisschen mehr identifizieren und die ein bisschen mehr zahlen wollen, um nicht einfach nur die aktuellen Titel oder halt PS4, PS5-Generationen, sondern nein, wir wollen nochmal auf die Klassiker zurückgreifen. Wir wollen PlayStation 3-Titel, wir wollen PlayStation 2, PlayStation 1 und PlayStation Portable haben und halt noch zusätzlich für die Möglichkeit bezahlen, dass wir Demos runterladen können. Yay! Aber PlayStation 3 erstmal ist halt das, was es vorher bei PlayStation Now schon gab. Das ist nichts Neues. Da ist auch nichts Neues hinzugekommen. Und das ist auch das Gleiche, dass du es eben nur über die Cloud spielen kannst. Finde ich persönlich nicht so attraktiv, gerade für irgendwelche Action-Titel oder Shooter. Plus ich habe halt eine PS3 und da kann ich die ganzen Titel, die ich spielen möchte, eben auf der PlayStation 3 spielen. Und die Option gibt mir Sony nicht mal. So, wenn ich ja eine PS4 habe, ich kann ja die ganzen PlayStation-Extra-Titel auf der PS4 spielen oder auch die PS2-Sachen, die darauf laufen. Aber ich kann keine PS3-Titel spielen, obwohl ich eine PS3 habe und der Online-Service noch da funktioniert. So, da habt ihr die Titel doch digital. Warum kann ich nicht zumindest, wenn ich Premium habe, warum kann ich, wenn ich Premium habe, nicht zumindest mir die Spiele digital auf der PS3 herunterladen und so lange spielen? Das werden wahrscheinlich nicht die meisten sein, aber ich meine, Hardcore-Leute sind nur mal Hardcore-Leute und das wäre zumindest noch mal ein größerer Plus, ja. Aber wir haben ja immer noch PSP-Einspiel Echo Chrome drauf, was auch nur ein Port oder beziehungsweise eine andere Version eines PS3-Spiels Echo Chrome, was darauf ehrlich gesagt besser ist, war. Wir haben eine Auswahl von Handvoll PlayStation 1-Spiele, wo ich auch das Gefühl habe, manche wurden nur draufgenommen, weil sie relativ günstig zu bekommen waren, eben weil es dann Sony eigene Titel sind und dann eben noch so die paar Titel, wo man gedacht hat, okay, wir bringen jetzt noch Tekken drauf. Aus irgendeinem Grund Tekken 2, obwohl Tekken 3 der meistverkaufte Tekken-Teil auf der originalen PlayStation ist, das Tekken, womit wahrscheinlich die meisten Leute die größte Nostalgie verbinden und wahrscheinlich ich auch sagen würde, dass das das beste Tekken ist von den ersten drei Titeln. Und dann eben noch so hier und da mal irgendein Spiel. Also auch hier wieder Resident Evil, der Directors Cut, der je nach Version, die man da irgendwie drauflädt, sowieso Vor- und Nachteile hat, auch diese grauenhafte Musik eben noch empfindet. Wir haben teilweise immer noch 50 Hertz-Konvertierungen drauf, was halt wirklich bedeutet, dass die Titel 18, das ist einfach nicht nur Framerate oder so, sondern es ist wirklich, die Titel laufen 18 Prozent langsamer. Und gerade bei einem Spiel wie Ape Escape, wo ich jetzt nicht extra nachgeguckt habe, ob das noch in 60 Hertz läuft, also ich meine, es benutzt die EU-Synchro, also wird es auch die EU-Fassung sein, dementsprechend die 50 Hertz-PAL-Fassung. Und es fühlt sich auch so an. Ich habe danach noch mal die Original-Version gespielt, die ich besitze. Und A, läuft es deutlich besser. B, finde ich persönlich, sehen die Filter, die sie dafür benutzt haben, absolut beschissen aus, weil es so, sie haben versucht, das Ganze wie so eine Art, wie es eben auch im Emulator aussieht, oder als ob sie versucht hätten, so ein bisschen zu remasteren, dass die ganzen, gerade die Polygon-Modelle, sehr glatt wirken. Eben nicht die tatsächlichen Pixel-Anzeigen, wie sie damals eben waren in der originalen Auflösung. Wie es zum Beispiel eben auch versucht wird, über die PlayStation 3-Emulation darzustellen, die ich finde auch noch besser aussieht. So, die hat auch ihre leichten Probleme, aber finde ich eben deutlich besser aussieht. Klar, ich habe die Möglichkeit, das Ding entweder auf originaler Hardware, also zu spielen, weil ich eben auch die Version besitze, zumindest die japanische, die auch ordentlich läuft. Aber ich kann eben auch alle Versionen, die ich haben will, auf meinem Mister eben problemlos spielen. Habe es da eben auch noch mal getestet. Und das, was ich fast noch schlimmer finde als die 50 Hertz-Version, ist der harte Input-Lag, den man hat. Und gerade bei einem Spiel wie Ape Escape, was ein Action-Plattformer ist, bei dem du nicht nur gut rechtzeitig springen solltest, sondern eben auch deine Waffen einzusetzen, um entweder gegen die Affen oder die kleinen Gegner zu kämpfen, beziehungsweise sie dann eben auch einzufangen. Das habe ich dann schon sehr stark gespürt. Und ich bin normalerweise jemand, der da weniger Probleme mit hat. Aber gerade bei einem Spiel wie Ape Escape fand ich das halt dann doch relativ bemerkbar. Und ich glaube, das kann dann auch bei vielen Leuten dazu führen, dass sie einen falschen Eindruck von dem Spiel bekommen. Weil wenn du das 20 Jahre nicht mehr gespielt hast und dann siehst es in dieser Version, das ist so, oh ja, das ist ja wie es früher mal war und da war halt die Steuerung noch nicht so gut und die Spielbarkeit nicht so klasse. Und auch als ich das Toy Story Spiel eingelegt habe, das den Zweier, den ich nie gespielt habe. Und ich fand das ehrlich gesagt, also ich kann nachvollziehen, warum das Leute auch als so ein Klassiker bezeichnen, was Lizenztitel betrifft. Aber ich habe dann auch die Originalversion mal gespielt und ich war so, oh mein Gott, das ist viel angenehmer zu spielen darüber. Ich sehe da keinen Grund, die Playstation-Version anzulegen. Du hast ein paar Filter, die alle nicht wirklich ordentlich aussehen. Es gibt eine Einstellungsmöglichkeit dann für den, wenn du Scanlines haben willst. Es gibt keine Möglichkeiten, da das irgendwie anzupassen. Du hast die eine Scanline-Funktion und das war's. Und du kannst auch nicht Videomodi miteinander verbinden. Du kannst einfach nur sagen, hey, das ist dieser normale Modern Classic, die irgendwelche Dinger damit machen. Und dann kannst du noch die Aspect Ratio auswählen, wo auch die Hälfte davon einfach, warum? Warum sollte man das, auch diesen 1 zu 1 Modus, der nicht 1 zu 1 ist, sondern seltsam noch zusammengestretched, der Pixel-Perfect-Mode, der darin überhaupt kennt. Es ist absolut wild. Also wenn gibt den Leuten halt die ganz normale 4 zu 1. Ich würde eigentlich am Leuten nicht erlauben, 16 zu 9 zu nehmen mit solchen Spielen. Das sollte verboten sein. Das sollte Punishable Crime werden. Aber gebt den Leuten einfach eine 4 zu 3 Funktion und eine 16 zu 9 oder irgendwas halt noch ein bisschen angepasst. Oder lasst sie es einfach selber hin und her stretchen, wie sie es wollen, die Criminals. Aber so ist es einfach. Das einzig coole Feature ist wirklich, dass du, oder zwei coole Features ist, dass du mehrere Save-States hast für jedes Spiel und dass du die Möglichkeit besitzt, ein Rewind-Feature zu benutzen. Was nicht ganz so cool ist und direkt, wie es zum Beispiel in der Switch ist, sondern hier muss man eben immer noch in so ein separates Menü kurz reingehen. Aber es ist eine coole Funktion auf jeden Fall. Eben auch eine Sache grafisch, die dazu führt, dass die wabernden Texturen, was ja etwas war, basierend auf der PlayStation 1 Hardware, ist hier irgendwie außer Rand und Band. Also das ganze Bild wabert und wackelt viel mehr, als es eigentlich der Fall ist. Und auch da wieder erzeugt es ein falsches Bild. Dann zumindest ja noch, hey, PlayStation 1 Spiele haben jetzt Trophy-Support. Oh, cool, und hey, ich mag Trophies. Ich bin auch, also ich bin halt mehr Achievement-Sammler auf der Xbox. Aber wenn ich ein Spiel mag und dann nochmal die Möglichkeit habe, da eine Platin-Trophäe zu holen, hey, cool, ich sehe Resident Evil Directors Cut. Nicht meine präferierte Version, gerade die, die hier benutzt wird. Aber endlich mal in dem originalen Resident Evil einfach nur so ein Abhaken zu können. Hey, ich mag das Spiel, ich kann mir eine Platin- Oh, hat keine Platin-Unterstützung. Nicht mal alle Sony-Titel haben das. Es gibt einfach nur so fünf Spiele, die Trophäen-Unterstützung haben. Vielleicht, weil da noch Entwickler leben, die das irgendwie einbauen konnten. Ich weiß es nicht. Aber auch da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Und bei den PlayStation 2 Spielen ist es einfach das Schlimmste überhaupt, weil sie haben nur die ganz normalen PlayStation 2-Versionen, die es eben auch auf der PS4 gibt, rübergenommen. Und mehr ist das nicht. Das sind exakt diese Versionen, die auf der PS5 teilweise nicht richtig laufen. Ich habe nämlich zum Test das Spiel, was es im PS2-Angebot drin gibt, was mein persönlicher Favorit ist, auch wieder Ape Escape 2. Hervorragendes Spiel. Sollten alle mal ausprobieren, aber besser eine Originalversion. Und es nimmt einfach die schlechte Konvertierung, die sie da schon haben, wo es so, du hast die 50-Hertz-Version, aber die wird dann versucht, auf die Geschwindigkeit der 60-Hertz-Version irgendwie hochzuschieben. Ich weiß nicht genau, was sie da technisch gemacht haben. Wahrscheinlich noch mit irgendwelchen interpolierten Frames oder so drin. Und es sieht einfach grauenhaft aus. Es sieht wirklich grauenhaft aus. Und dann kommen noch die Grafikfehler der PS5-Version hinzu, wo ich so, das war selbst auf der PS4-Fassung nicht da drauf, dass sich auf einmal die Icons sind am Flackern, der Hintergrund verschwindet und kommt irgendwie. Und das ist unspielbar. Also das kann ich mir nicht antun, das kann ich mir nicht geben, das kann ich mir nicht ansehen. Und dafür 120 Euro im Jahr für dieses dreckige Angebot, für einfach PS3-Spiele, auf die ich vorher schon Zugriff hatte, PS2-Spiel, auf die ich vorher schon Zugriff hatte, das eine PlayStation-Portable-Spiel und dann noch eine Handvoll PlayStation 1-Sachen, die schlechter aussehen als auf ihrer Originalkonsole, teilweise mit Trophy-Support und dann eben auch noch mit erhöhtem Input. Was soll das? Was das ist? Da ist keine... Ich will nicht sagen, da steckt keine Arbeit drin, weil da haben Leute garantiert hart dran gearbeitet, aber da steckt kein Budget drin. Da steckt nicht Sonys Wille, da drin dahinter irgendwas zu machen. Ich meine auch Leute, die sich besser mit der Hardware auskennen, haben eben auch schon gesagt, es wäre theoretisch möglich, einen PlayStation 3-Emulator auf der PS5 laufen zu lassen. Das würde halt wahrscheinlich ein paar Millionen kosten. Und da hat Sony keinen Bock drauf, weil wir haben ja schon unseren PlayStation Now Service und Leute sollen die Fresse halten und sich damit zufrieden geben. Wer will denn schon, wie Jim Ryan ja selber mal gesagt hat, wer will denn überhaupt so was spielen? Solche alten Kamellen. Das heißt, es wurde einfach nur so ein bisschen hingeschissen, um die Massen zu befriedigen und die Leute, die das irgendwie haben wollen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, wie da jemand so, du holst dir dann vielleicht für einen Monat PlayStation Premium, probierst die Sachen aus, die du haben willst und dann gehst du wieder auf extra zurück. Also warum sollte ich denn in diesem Service drin bleiben? Warum sollte ich denn diese Spiele, auf die ich ja teilweise vorher eh schon Zugriff drauf hatte, in eh schon schlechteren Versionen, die teilweise jetzt noch schlechter geworden sind, warum soll ich darauf zugreifen für diesen monatlichen Preis? Ohne jetzt überhaupt zu wissen, wie viel hinzukommt. Weißt du, wenn du den Preis zahlst und dann haben sie nachher die Attitüde von Nintendo, wo du einfach hoffen darfst, ja, alle drei Monate kommt vielleicht mal was Neues in den Store rein. So, und da kann ich wenigstens über ein Familienabo um auf die Sachen zuzugreifen und habe zumindest eine große NES, SNES, Mega Drive und jetzt eben auch N64 Bibliothek plus eben nochmal, ich kriege die Mario Kart DLC Strecken on top geworfen. So, und da ist auch die Emulation nochmal, ist auch nicht perfekt, aber läuft auf jeden Fall schon mal besser, gerade was die Super Nintendo, NES und Mega Drive Sachen betrifft. Und es ist einfach so kein wirklicher Versuch unternommen worden. Und dann kommt es noch oben drauf, wenn du die Scheiße suchen willst, weil jetzt haben wir natürlich alles in den normalen Playstation, dieses normale Playstation Plus Icon integriert und du bist darauf angewiesen mit der Suchfunktion von Sony. Es gibt keine Möglichkeit, einfach zu sagen, wie bei Game Pass, hey, ich gehe hier drauf, das sind die neuesten Titel, die wir hinzugefügt haben. Das sind die Titel, die wir schon angekündigt haben, die kommen werden. Hey, das sind die Titel, die kommen werden, die kannst du jetzt teilweise sogar schon preloaden, wenn du möchtest. Das sind die Titel, die wir anzeigen, die rauskommen. Das sind die ganzen Kategorien. Hier sind Titel, die wir dir vorstellen möchten. Ey, du kannst ja sogar einzelne, du kannst ja sogar eine Spiel-Später-Gruppierung zusammenstellen. Ich meine, auf der Xbox kann ich mir auch problemlos einfach 30 Spiele runterladen und sie in den Ordner reinpacken, was es auf der PS5 immer noch nicht gibt. Aber Hauptsache, wir haben 90% des Bildschirms frei für Wallpaper im Hintergrund, damit ich dann meine 10 kleinen Kacheln oben haben kann. Alter, wenn du mehr als 15 Spiele auf der Playstation 5 gleichzeitig runtergeladen hast, ich weiß gar nicht, warum sich Leute überhaupt eine größere Festplatte einbauen lassen oder irgendwie installieren, wenn es sowieso voll der fucking Krampf ist, mehr als 10 Spiele auf dem Scheißding installiert zu haben. Und dann wollt ihr, dass ich noch aus Extra und Premium Sachen runterlade, um das komplett runterzumüllen, damit ich immer rechts in meine Bibliothek rein muss, um irgendwas zu suchen? Das ist, das ist so ein Krampf. Das ist einfach so ein Krampf und das muss besser werden. Das muss wirklich besser werden, weil ja, in Extra sehe ich sehr viel Potenzial. Premium kannst du vergessen. Premium kannst du vergessen, weil außer sie verbessern wirklich ihre Emulation und stecken da mal richtig Arbeit rein, sehe ich einfach selbst bei besseren Spielen, die da reinkommen, überhaupt keinen Grund, das zu kaufen. Vor allem, wenn du alle Titel, die da irgendwie drauf sind, schon auf der PS3 digital kaufen kannst oder schon kannst du es auf der PSP digital kaufen oder auf der PSP Go oder sonst was oder früher auf der PSP und die liefen darauf besser, was alle Konsolen betrifft. Das kann einfach nicht sein. Das kann einfach wirklich nicht sein, wenn selbst, Microsoft stellt auf jeden Fall die Meisterarbeit da rein, was die Abwärtskompatibilität betrifft und selbst Nintendo, weißt du, über die wir uns schon aufgeregt haben. Wenn du gegen die abkackst, das ist so, und das nach der PlayStation Classic, die schon scheiße war, wo ihr einfach einen Open Source Emulator genommen habt und habt den Scheiß da reingetan und auch schon die 50 Hertz Version teilweise. Und die 50 Hertz Version, das Problem, das hatten wir auch schon in Europa, in den PlayStation, in den PlayStation 2 Spielen, der PS4, die auch nur teilweise gepatcht wurden später. Das ist, da steckt einfach keine, da steckt einfach keine Liebe dahinter. Da steckt einfach, von oben herab, weißt du, dass das stiefmütterlich betrachtet wird und ja, wir müssen irgendwas machen, um gegen Game Pass anzukämpfen, aber wir halten einfach nur mal irgendwie den großen Zeh ins Wasser und gucken dann, was passiert und hoffen, sich lohnt es sich dann irgendwie wirklich. Also ja, wir werden es auf jeden Fall sehen müssen, aber momentan, wie gesagt, PlayStation extra. Falls ihr PS Plus habt und ihr wollt upgraden, guckt euch einfach mal an, was für Spiele drauf sind. Ich kann das auf jeden Fall als Gesamtangebot empfehlen. Ich würde erst mal sagen, holt es euch im monatlichen Abo und schließt nicht direkt ein Jahresabo ab, weil wir da einfach sehen müssen, was noch kommen wird. Ich weiß, es ist günstiger, wenn ihr es im Jahresabo holt direkt und ich glaube, das ist auch, womit sie die Leute haben wollen. Die wollen direkt, dass Leute wegen diesem Sparangebot dann sagen, okay, dann hole ich mir PlayStation extra oder PlayStation Premium jetzt direkt mal für die 100 oder 120 Euro und dann nachher sitzt du einfach da und denkst dir, wow, okay, cool, das ist einfach nichts wirklich hinzugekommen, es hat sich nichts wirklich verbessert und die drei Spiele, die ich vielleicht haben wollte, okay, die hätte ich mir dann auch irgendwann so kaufen können und wenn ich sie weiterspielen will, muss ich eben bei dem Service bleiben. Also für sich genommen und für gerade im Vergleich zu Game Pass ist es dann doch, also wieder Premium finde ich einfach nur peinlich, ist eine mega Enttäuschung und extra sehe ich Potenzial ganz gut, aber gegen Game Pass auch immer noch keine Chance. Ich meine, es kommt darauf an, welche, ich rede aus einer Position, ich habe Zugriff zu allen Konsolen und bin eben jemand, der auch sehr stark Game Pass nutzt und ein großer Befürworter von dem System momentan ist, wie gesagt, ich weiß das Leute und da stimme ich zu, wir müssen sehen, wie sich das Ganze entwickelt, aber hey, momentan holt euch das meiste, das ist das, wie ich es immer sage, holt euch, holt für euch momentan das meiste raus aus dem System, jetzt wo es gut ist, weil nachher, wenn es dann irgendwie scheiße werden sollte, dann, dann kann man eh nichts mehr, dann könnt ihr es ordentlich mehr holen, dann können wir einfach nur gemeinsam die, die Abos dann, dann irgendwie kündigen, aber jetzt ist es die beste Zeit, da irgendwie zuzugreifen, deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen, aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu, ich weiß, das ist alles ein bisschen länger geworden, ein bisschen ranty, aber es ist definitiv ein Thema und ich glaube, das merkt man auch, wo ich investiert drin bin und wo ich auch interessiert drin bin und ich werde auch garantiert den Service über die Monate mir nochmal ansehen, wie gesagt, Premium werde ich sofort wieder, das, also ich meine, ich habe es schon gekündigt und bin wieder runtergegangen, ich bin auch am überlegen, ob ich bei Extra oder bei dem normalen PlayStation Plus bleiben soll, aber ich werde wahrscheinlich alle paar Monate vielleicht mal, wenn es eine Entwicklung gibt oder sich was getan hat oder ein bisschen was am Spielekatalog oder Sony, was vorgestellt hat, was kommen soll, nochmal was dazu sagen, aber das sollte es für den Moment, für den Ersteindruck, für den Einstieg davon gewesen sein und ja, hey, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, liked das Video einfach oder gebt mir auch einfach den fetten Dislike-Button, es ist mir doch scheißegal, Hauptsache, Interaktion auf diesem Video und falls ihr mehr Sachen davon sehen wollt, hey, wusstet ihr, ich habe einen Hauptkanal, wo es auch mal ab und zu geskriptete Inhalte gibt und hey, wenn ihr die Videos so sehr liebt, dass ihr noch mehr davon haben wollt, vielleicht sogar drei oder vierhundert Videos mehr auf einen Schlag mit monatlichen Neuen, die hinzukommen, hey, genauso wie im Playstation-Extra oder Game Pass-Angebot, dann geht doch mal auf meinem Patreon.com slash Beckobst und da könnt ihr mir für meine großartige, wunderbare, Fairtrade erstellte Arbeit ein bisschen Geld geben und kriegt dafür die Inhalte im Rückzug auch monatlich kündbar, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.